Wie heißt der andere? Der andere ist ja... Check-off! 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 Guck mal, dann wird da nicht sicher, dass du weitergängst wirst. Morgen kann ich mir heute noch einen Wohlen kaufen. Ich werde dann heute noch die Lied zum Ausgeben. Ich brauche etwa 15.000 Liedschen heute für meinen... ... für meinen... ... Geertverdienung. Mehr Liedschen, glaube ich. Die ist auch gut. Ich wollte schon sagen... ... ich weiß nicht, wo ich arbeite. ... ich weiß nicht, wo ich arbeite. Na toll, ich könnte jetzt noch mehr lesen, du Arsch! Doch, wahr! Das ist einfach gedrückt! Aussteige! Endlich sind wir zu Hause! Admir, ich kann Ihnen nicht genug danken für alles, was Sie getan haben. Wie oft haben Sie Ihr Leben für die Föderation riskiert. Immer auf der Suche nach einer friedlichen Lösung. Sie haben wahrlich die Tradition der Sternplotte in besten Ehren gehalten. So schließt sich der Kreis. Sie können auf die Slyfe zurückkehren und ich bin einfach froh, wieder da zu sein, wo ich hingehöre. Ich würde Sie einladen, länger auf Deep Space Nine zu bleiben, aber ich habe das Gefühl, dass Sie nicht länger auf der Raumstation ihr Bein in dem Bauch stehen möchten. Sie müssen raus in den Raum. Sie sind hier natürlich jederzeit gekommen. Ich hoffe, wir werden uns eines Tages bei einer Tasse Raktagino an die alten Zeiten erinnern. Nach allem, was wir durchgemacht haben, will ich die Propheten bitten, über sie zu wachen. Es gibt ein altes Sprichwort über die Aufmerksamkeit jener, die an höheren Orten leben. Machen Sie es gut, Admiral, und viel Glück. Auf Wiedersehen, Captain. Ah, ja, ja, das ist, äh, weil du Vulkanier bist. Ich bin's nämlich nicht. Deswegen. Deep Space Nine gehört nun wieder zur Föderation Floris Around und die anderen Gemma da sind in Richtung Dominion Raum verschwunden. Dies ist das beste Ergebnis für die Föderation und könnte eine Tür für zukünftige diplomatische Beziehungen mit dem Dominion öffnen. Auch wenn es schade ist, dass Sie gegen Karol Kahn kämpfen mussten, hat Ihr mutiger Vorschuss auf Deep Space Nine doch seine Kräfte erschöpft und der Flotte die Zeit verschafft, die sie brauchte. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Mut und Ihrer Entscheidungskraft. Es war eine Ehre, mit Ihnen zu dienen, Admiral. Vielleicht werden wir irgendwann wieder zusammenarbeiten. Ja, ja, immer dran denken, du Arschgeige. Immer dran denken. Ich hab natürlich das Thema da steht genommen, was ich da kriegen kann, ne, ist ja klar. Das andere ist ja alles blau. Ich denk mal, das haste ich schon einmal, aber wahrscheinlich niedriger. Hier spricht das Kontrollzentrum der Station von Deep Space Nine. Slyther, können Sie mir jetzt ein Blasen? Stimmt, geht ja gar nicht. So, damit habe ich dieses Scheiß Ding endlich fertig. Da bin ich richtig glücklich. Ja, ja, mach ruhig. Wo ist du bist denn? Ich mache jetzt borgonische Rückschlüsse. Keine Ahnung, ob du das schon gespielt hast. Lupin! Admiral, es gab eine Temporale Störung im 2700. Selten in der Vorgonen verfolgen ein Lührsystem einen Wissenschaftler namens Karl Dano. Das ist bedeutend. Wir müssen Dano und seine Forschung vor den Vorgonen beschützen. Ich habe Ihnen die Temporalen Koordinaten geschickt. Treffen Sie mich dort. Ich habe keine Ahnung, ob du die Mission schon gespielt hast. Keine Ahnung, ob du sie überhaupt anlegen kannst. Ja. Oh, egal. Es wird ja sowieso aufhören. Ja, ist egal. Ich mache jetzt eine borgonische Rückschlüsse. Und danach geht es weiter mit dem Breen. Diese Breen Story. Freue ich mich schon drauf. Äh, nach Lührsystem. Das Lührsystem ist aber nicht hier. Oder? War es hier? Kannst du nur dran hören, wo das Lührsystem war? Nee, ne? Verdammt. Halt mal. Das ist nicht die Halt für ein Problem. Okay. Wie ihr seid? Es ist nicht da noch im Beta-Quadranten. Es ist im Beta-Quadranten! Vollgas! Solange der Krieg gehe ich auf Klo. Halt ein Video in der Mitte. Er steht in der Reihe der Klo. 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 Dauber. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020